Hey Freunde, willkommen zum heutigen Test. Heute ist die Queckerstern-Batterie dran von Pulver Pyrotechnik. Wir haben hier eine 16-Schuss-Batterie im Kaliber 20 mm und eine NEM von 104 Gramm. Preislich kostet die Batterie zwischen 8 und 12 Euro. Ich habe hier leider 12 Euro bezahlt. So sieht die Batterie aus. Hat zwei Designs. Hier nochmal die technischen Daten. Und dann würde ich sagen, gehen wir raus zur Zündung der Queckerstern-Batterie von Pulver Pyrotechnik. Ja, Pulver Pyrotechnik Neuheit. Jetzt bin ich mal gespannt. Der Quecker. Mit fast doppeltem Finale. Schöne Batterie. Die Werbung Bis zum nächsten Mal.